Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Neu bei Coop ist Bonjour Fit, der kalorienarme Brotaufstrich. Bonjour Fit hat 50% weniger Kalorien als z.B. Anken oder gewöhnliche Margarine und ist angereichert mit den Vitaminen A, D und E. Wenn Sie also fit bleiben wollen, dann sollten Sie jeden Tag das Morgen essen und Bonjour Fit aufs Brot streichen. Coop ist auch Ihr Spezialist für Milchprodukte. Gerade jetzt läuft wieder eine grosse Aktion. Schauen Sie auf die Plakate an den Schaufester. Täglich frisch zu unschlagbaren Preisen gibt es jetzt bei Coop der Weichkäs Caprice de Dieu, Tamtam Flan, Früchtequark und Joghurt im Familienbecher. Apropos Joghurt, da hat es viele wertvolle Aufbaustoffe drin, wie z.B. Vitamine, Mineralstoffe, Eiweiss, Kohlenhydrate und v.a. wenig Kalorien. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir kommen jetzt zur Märzziehung von unserem 10'000-Franken-Wettbewerb. Eine von den Hauptgewinneren aus der letzten Verlosung haben wir zu uns ins Studio eingeladen. Es ist Frau Senti aus Liechtensteig. Guten Abend. Guten Abend, Frau Senti. Ich darf Ihnen herzlich gratulieren und Ihnen den Scheck über 1'000 Franken überreichen. Danke schön. Frau Senti, Sie ziehen jetzt einen von den neuen Hauptgewinnen über 1'000 Franken Haushalt ins Geld. Es ist Frau Grütter unter Schöntalstrasse 11 in Winterthur. Wir gratulieren ganz herzlich, Frau Grütter. Und an Wiener, Frau Senti, nochmals herzlichen Dank fürs Mitmachen. Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Und ein Tipp für alle, die nichts gewonnen haben. Schauen Sie am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Aber vergessen Sie jetzt nicht die Aktionen, die gerade noch kommen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 1 kg ausländischer Bienenhonig für 3.70 Franken. 1 Liter Coca-Cola für ganze 80 Krabben. 4 Stangen Bonchur-Pflanzenmargarine für nur 1.95 Franken. Und 20 Hösli-Kombinett für den Tag kostet 3.90 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop 1 Liter Coop Orangensirup für nur 2.30 Franken und 5 kg Omo Vollwaschmittel für 14.50 Franken. Bei Coop gibt es jetzt die beliebten Kalkitus-Rubbelbildchen speziell günstig. Die besonders grossen kosten nur 1.60 Franken und die im Normalformat sogar nur 65 Krabben. Alle die Angebote gibt es ab morgen in allen Coop-Läden. Auf Wiedersehen.